Moin moin liebe Freunde der Bewegung und des Fittenschworts. Ein kurzes Video jetzt darüber, was ich letztens in einem Video gesagt habe, nämlich Training is the exaggeration from reality. Das heißt, Training ist die Übertreibung der Realität. Was meine ich damit? Wir machen gerade einen Umzug. Das heißt, das ist die Realität. Und das Training bereitet mich nur darauf vor, die alltäglichen Ansprüche bedienen zu können. Die meisten Leute haben, wenn sie schwer heben, Lasten irgendwie von dem dritten Stock, vierten, fünften Stock nach unten und zehnmal wieder rauf und runter, keine Puste mehr und irgendwann einen Hexenschuss, weil sie nicht wissen, wie sie richtig heben, wie sie richtig Dinge von A nach B tragen. Und das ist einfach, was du im Training trainieren kannst. Deswegen, kleine Motivation an dich, jetzt Real-Life-Example, wo du das anwenden kannst, wo Training dir helfen kann. Bei einem Umzug, du hast letztlich keine Schmerzen, weil du dich nicht verhebst und du hast die Puste, mehrfach hoch und runter zu kommen. Und du fühlst dich danach immer noch gut. Deswegen, trainiere hart, trainiere smart und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Jetzt geht's weiter. Ciao. 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 Ciao.